für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Wissen Sie, Herr Otto, statt mit Ihnen an einem Strang zu ziehen, ziehen wir lieber an einem Strang mit 1,2 Millionen Menschen in Europa, die eine europäische Bürgerinitiative Wasser ist Menschenrecht unterzeichnet haben. Mit Ihnen, Fundusvertreterinnen und Vertreter von CDU, CSU, Linke, SPD, Grüne, der Verband der Kommunalunternehmen und selbst der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft. Sie alle wollen die Richtlinie nicht, erklären das. Sie erklären, Sie brauchen sie nicht. Nur Sie, ganz alleine Sie, Herr Rösler, mit Ihnen, mit Ihnen, Sie, Herr Otto, machen das Gegenteil in Brüssel, in der Regierungspolitik und sorgen für die Zustimmung. Da würde ich sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus ziehen. Stellen Sie sich hinter diese Front. Aber Sie, Kollege Lange, muss ich auch fragen, Sie sind ja nicht nur Parlamentarier, er ist leider nicht mehr da. Die CDU stellt, glaube ich, die Regierung. Und die Frage ist schon, wie geht es, dass Sie auf Ihrem Parteitag, auf dem CDU-Parteitag, eindeutige Beschlüsse gegen die Konzessionsrichtlinie fassen und tatenlos zusehen, wie Herr Rösler eine andere Politik macht. Es geht hier nicht um Peanuts. Es geht auch nicht einfach um die Klarstellung der Rechtsverhältnisse, Herr Otto. Über die Festlegung des Geltungsbereichs für europaweite Ausschreibung erhöhen Sie den Zwang zur Privatisierung der Wasserversorgung und der anderen Dienstleistungsbereiche. Das sei noch mal ganz klar gesagt. Und das hat auch die CDU in ihrem Parteitagsbeschluss festgestellt. Herr Lange, Sie erklären das hier für populistisch. Ist Ihr Parteitagsbeschluss der CDU, ist der jetzt populistisch, nur weil wir dasselbe hier heute sagen? Der Zugang zu Wasser ist Menschenrecht, das haben Sie auch gesagt. Und Wasser muss Kernbereich der Daseinsvorsorge werden. Und wir alle wissen, Herr Otto, im Gegensatz scheinbar zu Ihnen, was passiert, wenn es privatisiert wird. Die Qualität des Wassers wird schlechter, die Preise werden höher und die Beschäftigten werden entlassen. Das ist ja auch kein Wunder. Ein privater Versorger will eben Gewinn damit machen und Gewinngarantieren werden oft vertraglich vereinbart. Es gibt das Beispiel Großbritannien, es gibt das Beispiel Paris, es gibt das Beispiel aber auch Berlin. So weit weg ist das gar nicht, dass wir nicht diese Erfahrung gemacht hätten. Deshalb wollen die Menschen zu Recht diese Privatisierung nicht. Und da helfen auch keine Einschränkungen im Geltungsbereich. Die Frage ist nicht, ob mehr oder weniger Stadtwerke zur Ausschreit zur Privatisierung gedrängt werden. Es darf überhaupt keine Privatisierung geben. Im Gegenteil, Kommunen, die die Wasserversorgung bereits privatisiert haben, müssen dabei unterstützt werden, sie in kommunaler Hand zurückzuholen. Das Gegenteil ist bei Ihnen der Fall. Wir möchten auf einen Punkt noch hinweisen, dass auch die Ausnahme der Wasserversorgung aus dem Geltungsbereich zwar ein Fortschritt wäre, aber nicht ausreicht. Es gibt überhaupt keinen Bedarf für die Richtlinie zur Liberalisierung von Dienstleistungskonzessionen, weil sie über die europäische Rechtsprechung hinsichtlich Transparenz, hinsichtlich Diskriminierungsfreiheit ausreichend geregelt ist. Da gibt es gar keinen Bedarf. Die Kollegen der SPD weisen zu Recht in ihrem Antrag auch darauf hin, dass da auch Verträge der Kommunen mit Gesundheitsdiensten und Krankenhäusern beispielsweise betroffen wären. Auch für die wollen wir keinen Zwang weiterhin den Druck zur europaweiten Ausschreibung und zur Privatisierung. Deshalb braucht es ein Nein, wie Sie es auf Ihrem CDU-Parteitag festgelegt haben. Und, Kollege Lange, wissen Sie, Sie müssen hier schon, Sie können sich hier nicht hinter Herrn Rösler verstecken oder zwischen Brüssel und der EU. Sie müssen heute in der Abstimmung Farbe bekennen, ob Sie weiterhin ehrlich dagegen sind oder ob Sie sich sozusagen nur hinter Herrn Rösler verstecken und aber Ihre Position dann nicht ehrlich ist in der CDU. Und das heißt, Sie müssen den Anträgen, die ja heute vorgelegt werden, zustimmen, wie es die CDU in NRW im Landtag auch getan hat. Folgen Sie diesem Beispiel, dann wird ein Schuh draus. Das ist dann ehrlich. Alles andere ist unehrlich und verlogen. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist Kollege Malik.